so der marathon kann beginnen wir fangen an mit der ersten aufgabe lande in das depot und besuche anschließend die meteoriten im verlauf eines matches so dazu gehen wir rein in gruppenkeile weil ich denke mal ihr müsst in gruppenkeile reingehen weil ihr werdet nicht die ruhe haben die rampe zu bauen um auf den meteoriten zu landen weil ihr müsst halt erst in das depot landen und dann zum meteoriten hoch so dann zu was anderem ihr seht hier unten den passive code wie gesagt wenn ihr wissen wollt ihr den code knacken könnt beziehungsweise das gewinnspiel an sich abläuft einfach unten in der video beschreibung den link klicken das einmal ein video zu meiner wie wer ich überhaupt bin und wie man das alles einlösen kann und wenn noch kein abonnent ist dann ist jetzt die zeit dafür weil ich wieder halte in wie gesagt seit diesen 10 lage hat jetzt wird alles hoch jede aufgabe nicht sehr wo ich eigentlich dachte macht das video vorsentlich hochladen genau die videos sind komischerweise die die am meisten gesucht werden wir müssen wimmeln von gegnern dann brauchst du wenn das depot gelandet bist brauchst du definitiv ich sage jetzt mal grob 350 400 holz um dich hoch zu bauen so da wird jetzt die hölle los sein mal die aufgabe geben erst online also das heißt eben aber das ist noch nicht so lange her und es ist eigentlich nur in gruppen keine machbar das problem ist wir müssen da landen und uns irgend wieder hochbauen und hoffen dass uns nicht irgend so ein chaot runter baut weil die werden logischerweise vor uns da sein da kommen sie schon gut alleine lande ich hier nicht so das war der erste teil der aufgabe da sehen wir schon die gegner drin so kann ich die nicht bauen ach 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 wo ist der brennenpunkt Ah, okay, dann guck das auch hier. So, der interessiert mich aber auch nicht mehr. Boah, ist der Ton leise. Und wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare ob der Sound von meiner Stimme und der Spielsound, ob der soweit passt. Das Problem ist, ich musste den OBS neu einrichten, weil ich da was wegen dem Pack Opening gemacht habe, wegen den Trading Cards. Und dann musste ich den OBS komplett neu drauf spielen. Ich muss den alle 10 neu machen. Und so weiter. Auch der erste baut sich schon hoch. Das ist schon mal sehr gut. Ich bin jetzt aber ein Gegner, das ist das Problem. Aber jetzt müssten wir eigentlich auf dem Meteorit direkt landen können. Weil mit der Pistol war dann viel zu machen, wenn der andere eine Plamp hat. So, jetzt müssen wir nur hoffen. dass wir in Ruhe gelassen werden. Ich benutze jetzt einfach das, was er hier gebaut hat. In der Hoffnung, dass ich nicht runter geschossen werde. Ach, das reicht schon. Wie ihr gesehen habt, wir müssen noch nicht mal hoch gehen. Aber ich will jetzt hoch. Ich spanne mich selber noch nicht drauf. Was baue ich mir denn hier zusammen, ey. Alter. Jetzt bin ich in dem Schweif. Oh. Ich bin wahrscheinlich auf der falschen Seite. Oh. Ne, jetzt. Ah, die Puppenpatch hat. Jetzt kommt ein Save-Eye und schieß mich runter. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Schöner Schuss. Also wie gesagt, mehr müsst ihr halt nicht machen. Ihr müsst in das Depot landen. Und einfach hier rüber. Wenn euch natürlich einer schon eine Rampe da hingesetzt hat, ist es natürlich perfekt. Und mehr ist es eigentlich nicht. Aber wie gesagt, macht es definitiv im Gruppenkeile. Wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gerne ein Like da lassen. Pusht mich natürlich auch noch. Und ein Abo hilft natürlich auch. Und ihr habt natürlich auch was davon, weil ihr könnt halt jetzt den Passive-Code schneller gewinnen bzw. lösen. So, wie immer. Ich beende das Video jetzt nicht, weil ich halt immer noch ein bisschen die Runde zu Ende spiele. Vor allem, was bringt diese Schild... Ach, du kannst nicht mehr... Ah. Leck des Todes. So, wo haben wir denn hier Gegner? Mal gucken, wann ich runter stürze. Habt ihr auch immer das Gefühl, wenn ihr vom Berg springt oder so, das euer... War, als würdet ihr das in echt machen. Dieses Bauchkribbeln. Also bei mir ist es safe so. So. Aber die Aufgabe war schon mal schön. Schön, die erste Aufgabe easy geschafft. Keiner hat mich irgendwie abgef... Punkt. Wo ist er? Wo ist er? Ich sag ja, was das betrifft... Eigentlich Wände bauen, hoch bauen... Aber ich dachte eigentlich, der wär vor mir. Aber bauen haben sie ja anscheinend auch jetzt genervt. Was viele dazu bewegt, anscheinend jetzt Minecraft zu spielen. So. Und wie gesagt, die anderen Aufgaben habe ich mir noch gar nicht wirklich angeguckt, aber dazu werde ich natürlich auch jeweils irgendwas hochladen. Damit ihr da auch definitiv die Lösung habt. Das war eine Verschwendung. Schrottriss. Das Schild Base braucht man eigentlich nur, wenn man Solo spielt oder so. Nur mal auf irgendeiner Auge ins Gesamt macht. Ah, wieso? Ich bin erst gerade gewinnt durch das Springen eben. Ich hab das Blaue gedacht, da wär ein Gegner. Wo ist er denn hingesprungen? Irgendwie haben wir hier noch nichts gefunden. Ah, das Leben schon wieder nur noch elf. Ja, das ist typisch. Das ist immer typischer Donnerstag. Weil Donnerstags alle machen die Aufgaben. Und sobald die Aufgabe gelöst ist, rausjoinen. Nächste Aufgabe. Typisches Freitag und Donnerstag Verhalten. Immer wenn die Aufgabe kommen. Ähm, ne, 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 ne. da hier ist gefühlt irgendwie nix warum wo kamen die denn rum also ihr könnt die runde rüstern verlassen und werden die aufgabe trotzdem geschafft haben es ist nicht so als muss man die runde wenden wir sind hier nicht ebendings hätte die wild modus habe ich gerade alle sind echt wo die alle sind er ist scheinbar da oben jetzt kommt er runter was mein headset lauter stellte fast nix und 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 ich war doch safe vorher schon drauf gegner 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 auch nicht schlecht ja lektor noch mehr was sind das denn für leckse ich bin klar hätte ich besser lösen müssen aber die leckster weil er wohl ekelhaft da steht keiner drauf ist denn da einer so eine klobmütze oder da bist du aber böse da unten Vor allem eine MP wäre immer noch nicht schlecht. Was ist das? dass ich hier mal einen sehen würde wo kommt er ach er macht hier das habe ich schon gesehen die automatenaufgabe wasser fighting zwei headshots Das war's. Das ist ein Schroffi. Oh, ich habe ihn mit einem Kill. die wollen die Vorräte Stachrad, hä, was schießen die denn ah, und wieder leckt's er gibt nicht mehr einen Turn-On klasse klasse ich dachte, ey, wäre so dumm man, 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 das war's komplett ja, schießt alles runter, auf das Recht gibt's wieder Kill-Dinger, nur mit RPG er hat mich auch schon gesehen, oder ich kann noch hin nein, nein, warum lädt das denn sobald Gegner um mich rum sind, das kann doch nicht sein, ey oh Gott, ich glaube hier bin ich gerade in der unnötigsten Ecke gelandet, die wir gerade haben nur Sniper ist eigentlich schon verkehrt nur Sniper, ey nix an der See nix an der See kommt er hier raus, nein weg gesniped, assi oh man, diese Legs, die nerven schon ja, 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 23er Hit greift, safe ich hätte mal gern wieder so eine kleine Serie, ey Millisekunde Millisekunde einfach ne Millisekunde kurz Lucky Lucky machen ich sehe hier keinen, der irgendwie groß am Kämpfen ist, ey der ist hinter mir leck mich am Arsch aus zwei im Internoskop gegeben im Internoskop gegeben ich habe hier aber eben Ich seh nix, seh nix, seh nix, seh nix Ja, ich sage ja, das meine ich ja Mein eigener Charakter steht mir da teilweise im Weg Zum Anvisieren oder so Das ist halt manchmal echt die überlegen, Wand bauen oder Das Problem ist, die bauen inzwischen so schnell trotzdem Können die nerven, was sie wollen Hier bin ich zu lang in der Luft Natürlich, 73er Hit aus 2 Metern So, falls du bis zum Ende geguckt hast Hau einfach mal nur ne 5 in die Kommentare Ah, wenn ich genau zwischen den lande Aber 20 kills Naja So, die Runde haben wir Oder? Werden wir es noch gewinnen? Scheiße, ich seh keinen, ich seh keinen, ich seh keinen Aber gar keinen Ach, noch gewonnen Yeah Einfach easy noch paar EP mitgeholt Stört die überhaupt nicht, dass das bauen genervt wurde 800 EP wird immer mehr jetzt So, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Video Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen Wie gesagt, das Depot landen Material, sagen wir so ca. 300 bis 400 Ich würde eher 400 mitnehmen Eine Rampe hochbauen Aber ihr müsst auf dem Also es reicht schon, wenn ihr daneben seid Also ihr müsst nicht unbedingt drauf landen In dem Sinne würde ich sagen Haut rein Ich werde es centigrade Ich wäre es目前 für mich